Das feuerrote Spielmobil, meine Damen und Herren, ich nenne es mal so, ist vorhin die Startnummer 519, ein kleiner von den Brocken, ich bin der Martin, so können Sie sich wieder die Mahnen, der Martin, tschüss, der ist vorhin. Das feuerrote Spielmobil, die Kette rausgekommen. Das feuerrote Spielmobil, die Kette rausgekommen. Wir sind zurück. Wir haben einen Zug. Kommt mal auf. Kommt mal auf. Michael Straub. Also Michael Straub. Ich wollte nicht mal von einer Tochter. Hinten an Schleiser. Steht sich deine Tochter. Halt vor dir. Mach die Rennzeit noch mit dem Punkt. Halt wieder. Halt wieder. Aber ich mach wieder mal noch mal. Halt wieder. Ja, ja. Die Schriftgröße sind noch zu bewältigen. Für den 28-jährigen Kesselfahrer. Aber der junge Fahrer ist ja hinter ihm. Der Matthias Wieninger. Der 2-Kondition. Mit Lenkungseffekt ausgeschieden. Und der aus Wieninger. Er hat ihn am Lenkrad. Aber die Räder bewegen sich nicht. Da ist das nach unten gegangen. Babyflappen hier raus. Ja, mein Babyflappen kann gehen. Aber auch noch so viel. Wir sind noch Dieter Jesu-Kämpfer. Vielleicht hat er auch noch ein Plätzchenfeuer. Der Pferdraschung kommt vorbei. Andreas Wieninger. Und jetzt, was da ist... Scheiße, Scheiße! Ja, ich mag die Räder. Und da geht eure Räder in den Müll. Und hier auf der Läder greift ihr schon. Meiner Martin Fürst war auf Menschen. Lassen wir diesen Jungen in Ruhe. Oh mein Gott, ja, jetzt muss man sich einigen, wenn ich mich noch wieder umdrehen kann. Sechsmal nicht. Drei Mal muss ich noch nicht noch weniger. Wir haben vier, natürlich kommt es wieder. Bis zu letzter, bis wir uns noch mal wieder probieren. Drei, das ist hier, und mit dem Einzel. Und auch Vater und Vochter, Michal Strauch und Sabrina Strauch, entschuldigung, liebt sich ja auch ein Papier der wohl. Au, voll hemmfrei. Aber der Matthias Beringer versuchte, natürlich immer wieder und immer wieder, muss man ein bisschen länger gehen, ein bisschen Kaffee, der ist vorbei. Nein! 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 Jetzt! Jetzt! Ja, danke!